Mood Talks. Ein Podcast der Mood Macherei. Ihre Mollerle zum Gespräch. Heute heiße ich beim Mood Talk den lieben Markus ganz herzlich willkommen. Hallo Markus, grüß dich. Hallo, freue ich mich heute da zu sein. Ich freue mich auch. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen beim Get-Together von der Initiative 2030 kennengelernt und ich habe das gleich ganz spannend gefunden, was ihr macht, was du mir erzählt hast, nämlich es geht um Bianco. Erzähl uns doch gleich mal ganz kurz, wir sprechen ja da noch länger drüber, was ist denn Bianco? Also ich würde sagen, mit einem Satz zusammengefasst kann man sagen, unser Ziel ist so eine Art Green Amazon zu sein, also ein Ort mit unterschiedlichsten Produktkategorien, aber alle nachhaltig. So können wir es eigentlich am besten wirklich in einem Satz runterbrechen und beschreiben. Genau. Ja, da hast du uns ja schon irrsinnig viel verraten, aber das müssen wir uns natürlich genauer anschauen. Superspannend. Fangen wir vielleicht ein bisschen bei den Anfängen an. Wer steht denn hinter Bianco? Also wir sind drei Gründer und kennen uns teilweise schon aus der Schulzeit und sind dann während unserem Studium an dem Ort oder an dem Punkt gestanden, wo wir gesagt haben, okay, naja, irgendwie tut sich zu wenig in die Richtung Nachhaltigkeit aus Politik und Gesellschaft. Ich meine, aus Gesellschaft steht noch mehr, aber Politik und generell in Unternehmen. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn man sich da zu wenig tut, ist das Thema wichtig, dann versuchen wir da selber auch Fuß zu fassen sozusagen mit einer innovativen Idee. Und ja, so ist das Ganze, das war wirklich der Ursprung des Ganzen. Und seitdem hat sich viel getan. Okay, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, ihr habt sich überlegt, wie könnt ihr quasi Impact erzielen, wo könnt ihr jetzt ihr wirksam sein. Jetzt ist ja aus meiner leihenhaften Sicht, denke ich mir, so das Aufziehen von einem Online-Marktplatz, Online-Shop, wahrscheinlich so ziemlich die schwierigste Variante, denke ich mir, weil da muss man irrsinnig viel bedenken, spielt auch viel Technik rein. Wie seid ihr denn gerade auf Dach gekommen? Das kam eigentlich so, dass wir gesagt haben, natürlich, dass der Konsum jedes Einzelnen einen sehr großen Impact hat und haben kann, wenn man denen etwas in eine andere Richtung steuert. Und so waren wir relativ nah dran, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen eine Lösung umzusetzen, die etwas im Konsumbereich zu tun hat. Und dann aber im zweiten Step auch, dass man natürlich sagt, okay, der nachhaltige Konsum muss genauso einfach und zugänglich sein wie der nicht nachhaltige. Und so haben wir dann gesagt, naja, man liebt heute auf Shopping-Plattformen einzukaufen, wo die meisten Leute lieben das, weil sie dort alles von A bis Z gleich finden. Und dann nur an einem Ort. Und dann haben wir gesagt, naja, dann wäre es ja das naheliegendste, dasselbe auch auf einer nachhaltigen Ebene ins Leben zu rufen. Und so, ja, deswegen kam das. Uns war aber natürlich bewusst, dass wir uns da nicht das einfachste Thema suchen mit, ja, E-Commerce. Wie seid ihr das denn angegangen? Also an welchen der tausenden Enden fängt man denn da an, sowas auf die Beine zu stellen und zu planen? Wir sind eigentlich eh sozusagen im ersten Schritt mal klassisch angegangen, dass man natürlich mal die Idee irgendwo mal natürlich sozusagen niederschreibt, ausdefiniert, weiter natürlich kritisch hinterfragt. Okay, war das vielleicht zu euphorisch oder ist da wirklich Potenzial dahinter? Und dann eigentlich, wie wir dann so die ersten Business-Pläne, würde ich jetzt mal sagen, weil wir damit begonnen haben, kam dann auch schon relativ zügig das Thema, dass man das Ganze mal visualisieren versucht, weil das Schwierigste eigentlich am Anfang war natürlich irgendwie, das rüberzubringen. Was ist denn genau die Idee und was kann man sich da vorstellen und wie soll das Ganze am Ende dann ausschauen? Und da haben wir eigentlich gemerkt, sozusagen bis zu dem Punkt, wo wir es visualisieren konnten, sei es jetzt damals noch irgendwie einfach ein Designentwurf oder dann wirklich schon die erste Prototyp-Seite, ab dann war es dann viel einfacher natürlich zu kommunizieren, um was geht es. Und dann war es natürlich auch viel einfacher, natürlich nochmal selber da und dort nachzubessern, eh klar. Aber das war eigentlich so der erste wichtige Schritt. Gleich am Anfang ist es übertrieben, weil es waren auch irgendwie sechs bis neun Monate nach dem sozusagen, nach der ursprünglichen Idee. Aber genau, so hat das Ganze dann ein bisschen ins Rollen gekommen. Dann lass uns doch gleich einmal in die Gegenwart springen, weil ich denke, viele Leute werden interessiert daran sein und sagen, wie, wo, wann, was und so weiter. Wo kann ich da online shoppen? Wo steht denn das ganze Ding im Augenblick? Also in welchem Entwicklungsstadium seid ihr? Was kann man schon, was kann man noch nicht? Also wir haben über die letzten, über die letzte Zeit relativ viel natürlich mit technischen Themen auseinandergesetzt, dass man natürlich sagt, okay, das ist irgendwie natürlich ein ständiger, stetiger Verbesserungsprozess. Gerade weil wir natürlich auch von Anfang an jetzt nicht mit den finanziellen Mitteln ausgestattet waren, dass man jetzt sagt, da hast du eine super technische Lösung, die fehlerfrei ist von Anfang an, sondern das war so ein Prozess, wo wir viel auch mit einem Hybrid sozusagen noch gearbeitet haben, der wirklich auf unterschiedlichsten Programmiermodulen sozusagen aufgebaut war. Und das war eigentlich relativ, oder ist auch man sicher noch ein andauernder Prozess. Das ist eigentlich ein relativ intensiver Prozess, auch wichtiger, wo wir auch gesagt haben, natürlich für den Endkonsumenten und für den Händler ist es natürlich entsprechend wichtig für den Konsumenten, dass die Seite natürlich schön ausschaut, dass sie kurze Ladezeiten hat und so weiter. Und für den Händler natürlich, dass ich relativ barrierefrei meine Produkte hochladen kann. Und also das war mal ein sehr großes Thema über die letzten Monate. Und aber natürlich auch auf der anderen Seite dieses Thema Markenbekanntheit. Wirklich zu sagen, Leute, wenn wir jetzt Bianco hören, wissen, was es ist oder haben es sagen, sie haben schon mal davon gehört. Und das ist so auch das andere Thema, mit dem wir uns jetzt sehr intensiv natürlich beschäftigen. Und was auch noch natürlich noch irgendwie andauernd ist, weil jetzt kennen wir uns zwar schon ein paar Leute, aber ist natürlich noch Luft nach oben. Wir haben da aber derzeit auch den Fokus auf Wien gelegt, also auf Österreich und aber auf Wien derzeit, auch wenn wir natürlich sehr viele Händler auch aus den Bundesländern haben und auch Kunden schon. Aber ja, wir haben gesagt jetzt, weil wir aus Wien sind, haben wir gesagt, okay, jetzt muss es eigentlich so sein, dass unsere Zielgruppe in Wien uns schon auch, ja, wenn Begriff hier dann auch werden, schön langsam. Und deswegen ist das so momentan, ja, der Status quo, wo wir sind und wo wir auch die nächsten Monate auch noch weiter hingehen. Okay. Das heißt, es gibt euch schon, man kann bei euch schon online shoppen. Was gibt es denn alles schon? Welche Kategorien? Genau. Was gibt es alles? Wir haben derzeit um die 180, 190 Händler, die bei uns anbieten. Also unterschiedlichstes gibt es schon von den üblichen Verdächtigen wie Kleidung bis hin zu, wir haben auch refurbished Elektronikgeräte. Mittlerweile seit dem Jahr, das ist auch, ja, sind wir auch super happy. Und ja, bis hin zu Lebensmitteln, Schmuck, Kosmetikartikel, aber auch, auch seit dem Jahr, Dienstleistungen. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich suche einen nachhaltigen Stromanbieter und wird auch fündig bei uns. Genau, also das ist so das zweite Standbein des Ganzen, was dann mit Anfang dieses Jahres dann final auch integriert wurde. Da hast du jetzt ein paar super spannende Dinge gesagt, wo ich gleich ein bisschen nachhaken möchte, nämlich du hast die Refurbished Electronics erwähnt und nachhaltige Dienstleistungen, wo ich mir denke, das lässt doch schon ein bisschen aufhorchen jetzt und macht, finde ich, einen ganz, ganz deutlichen Unterschied. Du hast ja gesagt, ihr wollt so eine Art Green Amazon sein. Wie definiert ihr Green denn? Das heißt, was sind eure Kriterien, Produkte oder Händler in euren Shop aufzunehmen? Na ja, grundsätzlich ist so mal der Ansatz zu sagen, also auf der einen Seite, du hast das Kriterium gerade angesprochen, haben wir neue Nachhaltigkeitskriterien ins Leben gerufen, sag ich jetzt mal, anhand derer wir versuchen, jedes Produkt eben zu bewerten. Das heißt, jedes Produkt muss mindestens zwei von den neuen erfüllen, je mehr, desto besser, aber das Minimum sind zwei und die kommen aus den unterschiedlichsten Richtungen, also sei ein Produkt jetzt langlebig, regional, CO2-Sparsam zum Beispiel hergestellt und je nachdem, was zutrifft, muss natürlich der Händler das auswählen. Das heißt, für uns ist mal ein wichtiger Punkt in der Nachhaltigkeit die Transparenz, dass man sehr einfach sieht, die Produktinfos, was macht ein Produkt aus und was macht ein Produkt nachhaltig. Das mal auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ganz klar ist eben unser Ziel, wirklich zu sagen, dass jene Händler, die schon sehr viel das richtig machen, zumindest auf dem richtigen Weg sind, die Möglichkeit bekommen, sich darauf entsprechend ins Rampenlicht zu stellen und auch zeigen können, was ihre Produkte nachhaltig macht. Und unser Ansatz ist ganz einfach, jene Produkte, die eben diese mindestens zwei Kriterien erfüllen, möglichst in Vielzahl auf die Seite zu bekommen. Und damit haben wir ja meiner Meinung nach auch, ja, ich würde es mal behaupten, 80, 90 Prozent der gängigsten Produkte werden diese zwei Kriterien gar nicht erreichen, ja, in der momentan sozusagen im gesamtglobalen Blickwinkel. Und deswegen haben wir auch gesagt, weil wir da auch gefragt wurden, naja, zwei Kriterien sollten es nicht noch mehr am Anfang sein, haben wir gesagt, naja, das trifft eh schon jetzt auf so wenige Produkte ja eigentlich schon zu, die das auch wirklich erfüllen und nicht mehr sozusagen Greenwashing betreiben. Und ja, deswegen ist einfach unser Ziel, die nachhaltigeren Alternativen zu den Produkten, die man sonst üblicherweise kennt, einfach vorzustellen, Demandkonsumenten an einem Ort zu zeigen und auch transparent mit den Informationen natürlich zu versetzen, was sie überhaupt ausmachen. Ich würde jetzt gern auch von ein bisschen stärker in Richtung der Händler schauen, weil ich glaube, die Endkonsumentinnen sind, wenn sie nachhaltige Neigungen haben, sowieso schnell überzeugt. Aber wenn wir mal auf die Händler schauen, was müssen die denn können und machen, um bei euch anbieten zu können? Das heißt, ich denke mal, bei der Frage geht es ja viel auch um die Logistik, also wer versendet, wer wickelt ab, was bietet ihr da quasi im Hintergrund an, an Möglichkeiten und Dienstleistungen? Ja, das ist ein großes Thema. Du hast eigentlich mir fast. Also grundsätzlich läuft es so ab, dass man als Händler, wenn man auf uns zukommt, sich so mal, man stellt sich mal einen Account, aber man kann nicht von der ersten Minute an listen. Ja, das heißt, wir schauen uns dann genau an, okay, was macht denn der Händler überhaupt? Ja, was macht denn, wenn überhaupt nachhaltig passt das? Ist das überhaupt mal sozusagen ein Match? Und wenn dem so ist, dann verifizieren wir die Händler und wir können einmal beginnen, in den Produkten zuletzt. Das ist mal der erste Schritt. Dann ist natürlich das Thema dieser Nachhaltigkeitskriterien, wo wir dann auch wirklich auf Händler basiert und dann natürlich, wenn man jetzt 1.000 Produkte hochglädt, kann man nicht 1.000 Produkte auf Herz und Nieren testen, aber natürlich schon Stichproben nehmen und sagen, ist das so weit plausibel, was dann auch dabei steht? Das heißt, so haben wir da eigentlich zweimal die Schranke oder unsere Qualitätskontrolle. Erstens mal grob, Händler, passt ja. Zweitens mal stimmen die Produktinfos und dann kannst du als Händler mal Produkte listen und vertreiben. Im nächsten Schritt geht es dann aber darum natürlich, so wie du es angesprochen hast, wie ist das ganze Thema Transport? Da ist es so, dass wir da Dropshipping anbieten, weil wir eben sagen, wir können jetzt nicht von allen Händlern natürlich die Produkte lagern und so weiter. Das heißt, im ersten Schritt ist es mal so, dass du als Händler natürlich bekommst eine Bestellung, aber versendest es dann von deinem Lager aus die üblichen Wege. Auch mit deinem üblichen, auch mit deinem üblichen Versandpartner. Und das sei aber auch nochmal angemerkt, dass natürlich unsere Händler nachhaltig sind. Das heißt, die schauen natürlich schon von sich aus, aus ihrer Geschäftsphilosophie darauf, dass sie natürlich mit nachhaltigen Partnern zusammenarbeiten und es keine unnötigen Verpackungen sozusagen in Anspruch nehmen, zum Beispiel auch. Ja, also das ist natürlich ein Vorteil. Aber wir können natürlich nicht garantieren von unserer Seite aus, als ja, jedes Produkt kommt so und so an oder mit diesem oder jenem Paket, weil wir sie nicht versenden. Aber wir haben seit nicht allzu langer Zeit ein kleines Lager in Wien. Und da haben wir das Ganze unter dem Schirm Bianco First, nennen wir das. Das sind die Produkte, die bei uns auf Lager sind, werden eben direkt von uns natürlich dann auch versendet. Das heißt, da können wir natürlich sehr wohl dann sicherstellen, wie wird verpackt und über wen, welchen Versandpartner wird versendet. Und hier versuchen wir eben, oder haben wir eben versucht, mittlerweile haben wir da schon eigentlich sehr spannende Produkte im Lager, dass wir da eigentlich eine ganz gute Durchmischung an Produkten ins Lager bekommen. Und genau, eben als Bianco First Produkte anbieten, hat natürlich auch für den Endkonsumenten den Vorteil, dass wenn ich jetzt zwei Bianco First Produkte kaufe, ich natürlich nur einmal Lieferkosten bezahle und nicht zweimal, weil es eben nicht von zwei verschiedenen Händlern kommt. Und das heißt, so versuchen wir eben auch, eine Lösung auf dieser letzten Meile oder generell des letzten Bestellabschnittes auch von unserer Seite soweit mitzugestalten. Wird an sich eigentlich von den Händlern auch gut aufgenommen, dieses Thema. Und ist aber natürlich bei den Endkonsumenten eigentlich so in der Regel die erste Frage, wie macht sich das ganze Logistik- und Versandthema? Deswegen waren wir uns da immer schon bewusst, ein extrem wichtiges Thema, haben da lange auch nicht die perfekte Lösung für uns gefunden. Jetzt mit der Lagerlösung sind wir eigentlich sehr happy, weil wir ganz einfach sehen, es wird sowohl von den Händlern als auch von den Konsumenten eigentlich gut angenommen. Und genau, haben da jetzt auch sozusagen einen ganz guten Weg gefunden. Das klingt jetzt für mich so ein bisschen in die Richtung, da kann man so mögliche Entwicklungspfade erahnen, in welche Richtung es gehen könnte bei euch, beziehungsweise welche Stellschrauben es auch noch gibt, zu sagen, okay, so Schritt für Schritt können wir da auch noch ein bisschen nachlegen, was jetzt die Nachhaltigkeitskriterien anbelangt oder so. Liege ich da mit meinen Vermutungen richtig? Kannst du da mehr darüber erzählen? Generell, in welche Richtung wir jetzt gehen wollen. Einerseits dieses Thema eben Versand, Versandabwicklung ist eben etwas, was wir jetzt relativ am Anfang sind und aber meinen, dass wir dann in eine ganz gute oder richtige Richtung gehen, was wir da eingehend natürlich weiter verfolgen und weiter entsprechend promoten möchten. Auf der einen Seite, aber eben, wie du angesprochen hast, zum Thema Nachhaltigkeit, Qualitätskontrolle, Kriterien, ist natürlich auch so, dass wir sagen, wir sehen dieses Kriterien-System auch als sehr dynamisches an, weil wir der Meinung sind, was heute nachhaltig ist und sozusagen state of the art ist, kann in zwei, vier, fünf Jahren schon, ja, outdated sein. Und möchten da natürlich auch die Kriterien stetig dynamisch weiterentwickeln und auf natürlich die aktuellsten Trends dahingehend mit einbeziehen. Daher ist das auch ein stetiger Prozess. Möchten da aber natürlich noch mehr auch Transparenz im Zuge dessen für den Endkonsumenten auch herstellen gleichzeitig. Ja, das heißt, also für mich bedeutet auch Transparenz nicht nur, ich finde die Infos, sondern ich finde sie eigentlich auch relativ einfach, weil wenn ich dann irgendwie zehn Seiten bei jedem Produkt irgendwie dann durchlesen muss, damit ich weiß, was macht es überhaupt nachhaltig, dann ist das für mich dieser Informationsmehrwert, ja, kein wirklicher Mehrwert. Und da sind wir wirklich sehr dran, dass man das einfach noch vereinfacht. Also das Thema Kriterien und wie sie dargestellt sind, sind sozusagen mal der erste Schritt. Aber hier möchten wir auf jeden Fall noch mehr künftig anbieten und ja, das Thema auch vielleicht noch, ja, spielerischer auch an den sozusagen den Endkunden näher bringen. Wobei ich aber da sagen muss, da haben wir natürlich noch nicht die perfekte Lösung. Da gibt es einige Ideen, die im Raum stehen. Die gilt es auch ganz einfach auszutesten über die nächsten Monate. Das finde ich auch spannend, was du jetzt gerade angesprochen hast mit der Transparenz. Das finde ich auch so wichtig, dass man sich schnell einen Einblick verschaffen kann oder einen Eindruck verschaffen kann, okay, wie nachhaltig ist das wirklich? Ist das jetzt Greenwashing oder nicht? Weil Öko-Bio kann ja jeder draufschreiben. Und das so leicht zugänglich und so informativ viel möglich zu machen, finde ich super. Du, wir haben noch gar nicht über den Namen gesprochen. Ja. Wie seid ihr denn zu dem Namen Bianco gekommen? Das ist eine lustige Geschichte, das weiß ich gar nicht. Aber es ist grundsätzlich, die Namensfindung ist ja immer irgendwie das Mühsamste oder das Komplexeste am Anfang, wo man nie ganz zufrieden ist, weil man sich immer denkt, ja, was finde ich denn gut? Aber am nächsten Tag denkt man sich wieder, hm, weiß ich jetzt nicht. Also, wenn ich eins gelernt habe, dann ist natürlich, dass die Namensfindung eigentlich das Unangenehmste, aber sicherlich das Unkomfortabelste irgendwie am Anfang einer Gründung, eines Projekts ist, meiner Meinung nach. Eike Geschichte, gell, weil es so identitätsstiftend ist und so. Genau. Also, wirklich schwierig. Und vor allem, wenn du dann siehst, okay, da gibt es super viele kreative Namen, wie man natürlich auch entsprechend mit einem coolen Namen daherkommt. Bei uns war es aber so, dass wir gesagt haben von Anfang an, wir möchten, dass es jetzt nicht nur ein fiktiver Name ist, der jetzt nichts aussagt, sondern dass man, wenn man weiß, um was es geht, auch irgendwie eine Message und einen ganzen Namen hat. Deswegen haben wir einerseits gesagt, aus Marketing-Sicht, dass wenn man das Ganze verknüpft mit einem Tier oder einem, sagen wir mal so, einem Symbol, am besten eben etwas Tierisches, dass es dann auch leichter greifbarer wird, sympathischer. Und dann haben wir gesagt, naja, war auch gerade das Thema Bienensterben ein sehr großes, wie wir mit Bianco begonnen haben. Da haben wir gesagt, naja, eigentlich ist die Biene nicht wertgeschätzt genug, sondern ist halt einfach da, aber man weiß eigentlich gar nicht, warum und wie wichtig sie ist. Also warum weiß man schon, warum sie da ist, aber eigentlich weiß man gar nicht, wie wichtig sie ist. Es gibt ja immer wieder diesen Spruch, dass es ohne Biene noch keine Menschen gäbe, was sicherlich seine Wahrheit dran ist. Ja, und dann sind wir relativ schnell auf die Biene gekommen und dann aber, gut, nur Bi konnten wir es dann auch nicht nennen oder Biene. Und dann haben wir versucht, da eben den Connex herzustellen. Und dann ist jetzt Bianco, ist dann abgeleitet von Weiß, also aus dem Italienischen, und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich die Farbe Weiß auch für die Reinheit, für die sozusagen Unschuld steht dann, dass man sagt, okay, das soll die Produkte widerspiegeln auch. Also frei von Schadstoffen, frei von Umweltverschmutzung, ja. Und so haben wir gesagt, das passt ja eigentlich auch gut zusammen mit der Biene, mit dem Doppel-E. Und so kam es. Wir waren aber ehrlicherweise am Anfang auch natürlich nicht sicher, dass wir jetzt sagen, okay, wir lassen es jetzt bei dem Namen. Wir haben am Anfang gesagt, naja, das ist jetzt mal der Projektname. Und schauen wir mal, wie so die ersten Reaktionen sind. Man muss ja auch schauen, okay, vielleicht merken sich die Leute dann in den Armen. Und ja, auch natürlich die Schreibweise und so weiter. Und dann haben wir gesehen, dass eigentlich von der Schreibweise und so weiter es dann irgendwie doch ein bisschen hängen geblieben ist bei den Leuten. Also wenn ich gemeint habe, ja, das ist ein cooler Name und die Biene und so weiter. Ja, und dann hat es uns eigentlich bestätigt, dass wir dann gesagt haben, naja, dann ist der Name vermutlich eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann belassen wir es eigentlich dabei. Wirklich nach dem entsprechenden Feedback. Ja, und seitdem heißen wir Bi-Antworten. Okay. Ja, ich finde es irgendwie witzig, weil ich denke mir, gerade bei eurer potenziellen Zielgruppe ist ja das Bienensterben schon angekommen und löst auch viel Betroffenheit aus und viel Wunsch, was zu machen und so. Also ich glaube, die Sympathie für die Biene ist in eurer Zielgruppe durchaus vorhanden. Und also so wie ich über den Namen nachgedacht habe dann, wie ich ihn erfahren habe, habe ich mir auch gedacht, ja, irgendwie es löst so ein bisschen die Assoziation auch aus, so wie das Bi ist einmal klar und das A-N dann entweder so wie ein gekürztes End oder irgendwas N für nachhaltig und Co für Company. Also passt ja auch ganz gut. Lustigerweise wird es oft als Bi-Ant-Co vermeintlich bezeichnet, wobei ich den Namen eigentlich auch ganz nett finde. Aber was dann irgendwie suggeriert auch, dass wir ja entweder Bienenzüchter sind oder Honig zum Beispiel haben. Deswegen ist es, ja, das ist sozusagen die Downside. Aber ja, wir sind soweit eigentlich happy. Und habe ich gesagt, jetzt mittlerweile, dass es mit den ganzen Bienen natürlich auch eigentlich so stimmig ist und gut zusammenpasst, dass es auf jeden Fall der richtige Name auch ist. Ich meine, man weiß nie, keine Ahnung, vielleicht, ja, ändert sich massiv etwas mal. Man soll ja niemals nie sagen. Aber Status Quo ist eigentlich auf jeden Fall der richtige Name. Und auch große Konzerne, wie wir immer wieder sehen, ändern ja ihre Namen und so weiter. Aber weil du den Honig angesprochen hast, gibt es Honig bei euch oder nicht? Haben wir auch, genau. Bitte! Ja, genau, insbesondere da, weil man natürlich so schnell den Honig findet, dann glaubt man auch eher. Es gibt nur bienennahe Produkte bei uns. Ganz im Gegenteil, offenbar. Ja, exakt, ganz im Gegenteil. Also es ist sozusagen, sind fast die Minderheit der Produkte, dass sie eben was, ja gut, das ist wenig verwunderlich. Ja. Bin jetzt jetzt nicht das, aber genau. Lieber Markus, lass uns doch auch ein bisschen über das sprechen, was es ausmacht, ein Startup zu gründen. Wie ist denn das Leben als Gründer? Und jetzt habe ich euch noch gar nicht gefragt, wie lange gibt es euch schon oder wie lange bist du schon in diesem Zustand, über den wir jetzt sprechen werden? Also wir sind die allerersten, also die allererste Phase der Idee kam Mitte, Ende 2017. 2018 haben wir uns dann damit gewidmet, das Konzept mal auszudefinieren und wie wir das Ganze technologisch angehen. Und Mitte 2019 sind wir dann mit der ersten Version online gegangen. Also entsprechend knapp vor Corona dann auch. Und genau, seit damals und seit letztem Jahr im Herbst, weil damals haben wir eben alle drei noch nebenbei sozusagen einen normalen Job gehabt. Und jetzt seit aber letztem Jahr im Herbst bin ich jetzt mal sozusagen der erste von uns Gründern, der jetzt Vollzeit in Bianca auch macht. Und das heißt, die sozusagen Vollzeit-Gründer-Dasein eben jetzt seit circa genau einem Jahr. Okay, erzähl uns was über dieses Gründer-Dasein. Wie lebt sich so als Gründer? Was sind die Freuden und was sind vielleicht auch die Schrecknisse oder so? Ja, grundsätzlich bedarf es natürlich, ich sage jetzt mal so, wenn man, wenn man jetzt nicht klassisch seine vorgegebenen Tasks, Deadlines und so weiter hat, bedarf es natürlich einer gewissen Selbstdisziplin, dass man auch sagt, okay, die Sachen, die ich erledigen möchte, versuche ich auch eine entsprechende Zeit zu erledigen. Und steckt man halt da und dort natürlich, wie es auch sonst üblich ist, zurück. Aber da muss man natürlich sozusagen eine gewisse Selbstkontrolle haben, möglichst. Aber auf der anderen Seite darf man auch, das ist halt das Thema, ist natürlich schwierig zu sagen, gut, jetzt bin ich fertig für heute, jetzt mache ich sozusagen den Laptop zu und morgen sozusagen in der Nacht in der Früh geht es wieder weiter. Das ist halt natürlich auch ein Thema, was jetzt so einfach nicht ist, oder zumindestens, ich glaube bei den wenigsten, aber bei mir kann ich sagen, dass es nicht so ist, dass man halt schon irgendwie dieses Thema Arbeit und Private schon sehr vermischt ist natürlich. Und man jetzt nicht natürlich klar trennt zu, jetzt bin ich daheim oder jetzt bin ich im Büro und jetzt habe ich das Firmenhandy und jetzt habe ich sozusagen das private Handy, sondern es ist natürlich schon so, dass man eigentlich mehr oder weniger immer auf Abruf ist und jetzt auch nicht klassisch sagt, jetzt am Wochenende macht, das war auch wieder in einem Fall. Also jetzt auch nicht, ob das natürlich auf alle zutrifft, aber dass man jetzt natürlich nicht sagt, okay, jetzt ist halt Wochenende, jetzt mache ich nichts, sondern dass natürlich schon immer was anfällt. Und man muss auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass man irgendwann mal sagen kann, okay, jetzt super, jetzt habe ich eigentlich alles erledigt, jetzt gibt es nichts, jetzt kann ich sozusagen ruhig gewissens den Laptop zumachen, sondern es ist natürlich schon immer irgendwo auf einer Front etwas und das ist natürlich auch auf der anderen Seite das Spannende, dass man halt natürlich unterschiedlichste Themengebiete hat, mit denen man sich auch auseinandersetzt. Das ist halt dann beginnend mit den Sachen von der Buchhaltung bis zum Marketing bis zum Web-Development. Auch wenn man nicht überall alles selbst macht, braucht man natürlich dennoch ein gewisses Verständnis, um Entscheidungen treffen zu können. Und das macht dann natürlich auch irgendwie das Ganze aus. Also das ist halt wirklich nicht jetzt irgendwie Business as usual jeden Tag dann ist, sondern du natürlich da und dort an die unterschiedlichsten Herausforderungen natürlich jeden Tag auseinandergesetzt bist. Aber auf der anderen Seite natürlich auch das Spannende, mit spannenden Menschen sich zu unterhalten, auf spannenden Events, so wie wir uns ja auch kennengelernt haben, zu sein und sich ganz einfach über das auszutauschen, was man einfach sehr gerne tut. Und ich würde jetzt auch bei mir sagen, dass es auf jeden Fall sozusagen Hobby und Beruf sehr vereint in dem Fall ist. Und ja, also ich bin sehr zufrieden mit dem Status Quo. Ja, merke aber natürlich trotzdem auf der anderen Seite auch, dass natürlich eine gewisse Mehrbelastung bis zu einem gewissen Grade natürlich auch ist, wenn man deutlich mehr arbeitet und immer auf Abruf ist. Aber solange es Spaß macht, ob das du zu dem Fall hast, man identifiziert sich ja auch mit seinem Unternehmen. Also ich beschreibe das gerne als sozusagen, ich habe jetzt kein Kind noch, aber ich kann es mir vorstellen, dass es irgendwie so ist. Genau, dass auch so die Phasen dann durchlauft. Ganz am Anfang jetzt noch sehr irgendwie unselbstständig. Und ja, man versucht da einfach Phase über Phase zu begleiten. Und deswegen ist es natürlich auch nicht so, dass man dann sagt, naja, jetzt interessiert es mich mal eine Woche nicht. Sondern, also auch im Urlaub merke ich das natürlich auch. Da bin ich dann persönlich jetzt auch ungern der, der dann sagt, jetzt lasse ich eine Woche gar nichts von mir an. Weil ich sage jetzt mal so, wenn alles brennt, würde ich es dann gerne schon am selben Tag wissen und nicht erst eine Woche später. Genau. Sag, was mich jetzt auch noch interessieren würde, was tut ihr denn, was tust du? Oder was tut ihr denn, wenn ihr mal gerade nicht Bianco seid? Oder gibt es das überhaupt schon? Du hast ja gesagt, bei dir fällt jetzt quasi Hobby und Beruf zusammen. Gibt es Freizeit noch? Und wenn ja, was tut ihr in der? Was interessiert euch noch? Naja, was tut sich in der Freizeit? Ich, es ist natürlich jetzt auch so die Phase, dass jetzt sehr viel natürlich auch zusammenfällt mit Corona, Unternehmertum, Lockdowns und so weiter. Das heißt, die Freizeit ist an sich ja schon beschränkt. Aber es ist natürlich nicht extrem viel Freizeit, aber wenn Versuch, also meiner Seite, aber ich habe gesagt, teilweise mit meinen Mitgründern auch, dass wir da schon ein länger freundschaftliches Verhältnis schon aus der Schule Teilzeit haben. Also das heißt, man ist auch da im Austausch sozusagen auf einer nicht unternehmerischen Ebene. Sonst, ja, sage ich jetzt mal, so klassische Hobbys wie Sport, wobei da auch zu wenig Zeit dafür übrig bleibt, leider. Ja, ich glaube sonst, was bei mir am besten zutrifft, dass man sich einfach im Freundeskreis auch zu Themen, die einfach jetzt nicht rein für das geschäftliche Sinn einfach austauscht, sei es darum, was man macht gemeinsam im Sport oder ja, Freizeitaktivitäten. Ich habe jetzt kein klassisches Hobby, wo ich jetzt sage, das mache ich jeden Tag in der Früh. Ja, aber es ist so, es ist unterschiedlich, aber ich muss tatsächlich sagen, ich kann mich nicht über zu viel Freizeit beklagen, deswegen bleibt da auch gar nicht so viel übrig. Ich sehe es aber tatsächlich eben auf der anderen Seite so, dass man halt irgendwie in dem Setting schon sehr viel unterbringt, was man sonst vielleicht, wenn man jetzt einen klassischen Beruf hat, in der Freizeit unterbringen müsste. Sei es dann auch so auf einer persönlichen Ebene, dann zwischendurch mal ein Austausch oder einfach auch, wenn man sagt, okay, man liest sich in ein neues Thema irgendwie ein oder möchte sich mit einem Thema mal beschäftigen, dann ist das sozusagen jetzt nicht nur, okay, das mache ich jetzt nur in der Freizeit, sondern kann man dann auch wieder einen Konnex zum Unternehmerischen ziehen. Das ist dann natürlich auch schwierig abzuschalten, aber ja, ich glaube, das erklärt das eigentlich ganz gut, dass man da, ja, ich, bei mir tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt über Freizeit reden, ist es jetzt sicherlich nicht so, dass ich jetzt sage, okay, jetzt ist Bianco gar kein Thema, sondern irgendwie, wenn ich jetzt was sehe und sage, ich denke mir, das ist eigentlich eine coole Werbeaktion, da kann man sowas abschauen, dann ist es schon so, dass man natürlich auch da irgendwie aufmerksam auf solche Themen allein schon ist. Das Baby ist nie weg, gell? Genau, genau. Lief vielleicht einmal kurz. Genau, na, aber ich glaube, umso wichtiger und das habe ich sozusagen auch selbst gesehen, dass man trotzdem eine gewisse Balance, ich glaube, man muss jeder für sich entscheiden, wie viel sozusagen Balance, Work-Life-Balance man braucht, aber es ist auf jeden Fall wichtig, die, die für einen notwendig ist, auch der Zeit zu geben, wenn man ganz einfach merkt, okay, da tankt man wieder Energie auf und, ja, sieht auch Sachen anders. Ich meine, wenn man sich zu sehr mit einem Thema beschäftigt, ist man ja dann auch schon, ja, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich glaube, da ist es gut, auch ein bisschen Abstand zu bekommen und man muss halt für sich irgendwie entscheiden, ab wann kriege ich denn ein bisschen einen Abstand, ja, und was brauche ich für mich persönlich dafür. Markus, was macht dir denn Mut? Im Allgemeinen oder in Bezug auf unsere, auf die Unternehmenssicht? Am besten sowohl als auch, lass mal hören. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde meinen, im Gesamtkontext, und bei uns hat das natürlich auch was mit unserem Unternehmen zu tun, Mut, dass andere Mut zur Veränderung haben. Sagen wir es mal so, ja, weil ich denke, es sind viele Sachen, wo man als Menschheit, als Gesellschaft noch sozusagen Luft nach oben hat, gerade wenn man natürlich das Klimathema aufgreift, andere Themen wie soziale Gerechtigkeit, aber da finde ich es natürlich super, dass sich sehr viel in eine richtige Richtung bewegt. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig und da würde ich jetzt ehrlicherweise meinen, das macht dann natürlich schon Mut, dass man sagt, man ist jetzt nicht der Einzelkämpfer, sondern man sieht, es ist an sich ein Thema, das vielen Leuten näher geht und ja, ich glaube, das bestärkt einen dann auch nochmal in dem, was man tut. Und bei uns ist jetzt natürlich da, das ist ein enge Kontext natürlich zur Nachhaltigkeit, deswegen kann ich die Frage sozusagen gleich zwei in eins beantworten. Hätte ich mir fast gedacht. Und wofür brauchst du Mut? Habe ich schon gesagt, die letzte Frage ist sehr spannend. Ich denke, wahrscheinlich will ich jetzt so darauf antworten, dass man an den Themen dranbleibt, entsprechend mit der Energie auch. Dass man natürlich auch irgendwie so sagt, okay, es zahlt sich dann auch an, oder es trägt Früchte auch, oder man wird wiederum bestätigt zu sagen, ja passt, gehen wir weiter in die Richtung. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich würde es aber auch nicht ausschließen, wenn jetzt nicht so viel Veränderung schon wäre, dass man dann sagen würde, oder meiner Sicht jetzt sagen würde, okay, dann probiere ich es erst gar nicht und werfe das Hand das jetzt von Anfang an hin. Finde ich eine schwierige Frage tatsächlich zu beantworten. Aber ja, so in etwa hätte ich es aber gesehen. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Weil da spielt natürlich auch immer das, was ich selber dazu empfinde, irgendwie rein und färbt, dann vielleicht das Verständnis der Antworten ein bisschen. Aber was ich jetzt so glaube, bei dir herausgehört zu haben, war, okay, es braucht natürlich für dieses Gründerdasein viel Disziplin. Und die ist nicht immer leicht. Wenn man das nur als Wort sagt, ist das einfach. Aber das Leben, auch im Urlaub zu leben und so weiter, ist nicht immer einfach. Und dazu braucht es schon manchmal auch Mut, da dann dran zu bleiben, wenn man einen Durchhänger hat oder so. Liege ich da ungefähr richtig? Ja, aber, also ja, ich denke, man würde fast sagen, es bräuchte wahrscheinlich noch mehr oder zumindest wäre das das klassische Argument, überhaupt mal diesen ersten Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich mache es überhaupt erst mal. Das trifft jetzt aber bei uns nicht ganz zu, weil bei uns war es insofern einfach, weil wir eben schon in dem Dreiergespann waren und schon davor sozusagen ein erstes sozusagen, ja, leises irgendwie ausprobieren im Startup-Dasein hatten und deswegen eigentlich gesagt haben, eigentlich sozusagen darauf gewartet haben, wann so die Idee kommt, wo wir sagen, da haben wir auch einen größeren Impact und waren dann jetzt nicht so, okay, tun wir es oder tun wir es nicht, sondern so, ja, das müssen wir machen, sozusagen, dass wir überhaupt nicht die Mutfrage uns dargestellt hätten, zu sagen, trauen wir uns drüber oder nicht. Ich glaube aber meistens ist es schon das, ich glaube, es ist auch meistens, also der Mut zum ersten Schritt, wenn man jetzt etwas beispielsweise alleine angeht und nicht in einem Team, weil ich glaube, es ist natürlich auch deutlich schwieriger zu sagen, ich mache das jetzt alleine, den ersten Schritt, also wir haben immer noch zwei andere Leute, auf die man sich sozusagen als Backup verlassen kann. Da, glaube ich, spielt dann tatsächlich schon in der Regel Mut eine sehr wichtige und tragende Rolle. Die zwei Fragen, die ich dir jetzt gerade gestellt habe, sind natürlich so quasi die Standardfragen auch in der Mutmacherei und was ich sehr oft als Antwort bekomme, ist, was Mut macht, ist das Team, das Zusammenhalt und das gerade, wenn einer mal einen Durchhänger hat, irgendwer ist dann immer gerade gut drauf oder kann einen wieder rausholen oder so, erlebst du das auch so oder erlebt ihr das auch so im Team? Würde ich auf jeden Fall so auch bestätigen, es ist ja irgendwie auch am Ende ein Teamsport, je besser auch der Teamgeistern ist, desto besser funktioniert es auch, ja, wie im Sport. Würde ich auf jeden Fall so bestätigen und ich glaube, das macht es eben dann, wie du sagst, auch bis zu einem gewissen Grad einfacher, weil man eben sagt, jetzt ist irgendwie so ein bisschen die Luft raus und dann sieht man aber, okay, auf der anderen Seite gibt es dann wieder trotzdem sozusagen einen Push in die richtige Richtung, ist dann, glaube ich, schon wichtig. Aber auf der anderen Seite auch, wenn man gar nicht so sagt, jetzt ist die Luft raus und sondern eher vielleicht auch so mal bei der Fragestellung ansteht und sagt, jetzt bräuchte es sozusagen einen innovativen, kreativen Austausch. Da, glaube ich, ist das dann auch wichtig, wenn man sieht, okay, irgendwie man kann Probleme, die man jetzt alleine nicht unbedingt lösen könnte oder wo man deutlich länger dafür bräuchte. Im Team kommt man auf wirklich super Lösungen und das macht ja dann auch Mut, dass man sagt, okay, vor etwaigen künftigen Herausforderungen meinen wir dann, uns dann irgendwie, ja, gut gewappnet zu sein sozusagen und mutig sozusagen in neue Zeiten zu gehen. Die Gedanken einmal aus dem eigenen Kopf zu befreien, freizulaufen und zu schauen, was passiert, wenn sie auf die Welt treffen und die Arme treffen. Was ich noch anmerken will, ich finde das Format sehr cool. mit deinem Podcast, das gebe ich auf jeden Fall so mal zurück. Du, Markus, dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast warst am Mood Talk. Ich wünsche euch alles Gute für Bianco. Ich denke mir, euer Anliegen ist ein ganz wunderbares. Du hast ja erwähnt, dass so schätzungsweise 80 bis 90 Prozent der Produkte sowieso nicht in eure Kategorie fallen würden. Und so der Einsatz, das zu erhöhen und den Teil abzudecken, der da reintrifft, die Welt nachhaltiger zu machen, den Konsum nachhaltiger zu machen, finde ich unglaublich bewundernswert und unterstützenswert. Also wünsche ich dir und euch mit Bianco von Herzen alles Gute. Und wir werden uns sicher wieder über den Weg laufen. Das hoffe ich doch auch. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Danke für das Gespräch, für das sehr Nette. Und ja, freut mich, wenn unsere Idee auch bei anderen Menschen als sinnvoll ankommt und unterstützenswert. Das ist, glaube ich, das größte Lob, auch was man immer bekommt. Da freut man sich dann sehr, dass die Arbeit auch irgendwie ankommt. Ganz bestimmt alles Liebe und Gute, Markus. Das war's gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Moodstalks. Powered by Die Moodmacherwei.